Hallo Leute, hier wieder euer Toso, diesmal mit der Channel Insight. Warum ich dieses Video in der Mitte der Woche hochlade, ist ganz einfach, ein Club-Mitglied von uns hat diese Woche irgendwann einmal Geburtstag. Das heißt, ich bekam Anfang des Monats ein Mail, worin geschrieben stand, dass er sein Faible 3 Game erst in 17 Tagen nämlich zu seinem Geburtstag geschenkt bekommt. Leider kann ich jetzt den genauen Tag nicht eruieren, deswegen lade ich einfach so über den Daumen in der Mitte dieser Woche das Video hoch und wünsche dir LP DaVinci, so heißt er, ist ein Let's Player und hat auch coole Veeds auf seinem Kanal. LP DaVinci, alles Gute, Glück und Segen auf all deinen Wegen. Ja? Ok. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist nämlich, wir haben von Faible 3 ein cooles Avatar-Outfit bekommen. Wir haben hier eine Krone. Wo ist sie? Ja? Da? Da? Ja? Das coole Oberteil. Eine coole Militärhose. Und natürlich auch Putzen. Kommt das cool? Also, LP DaVinci im Namen aller Happy Birthday und feier anständig. Und allen anderen wünsche ich jetzt eine ruhige und erholsame Nacht. Hahaha. Und ich wird noch ein wenig abtanzen mit diesen Typen da. Hahaha. Leute schlaft gut. Euer Toso. Hahaha. 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 Oh dich.